Musik Wir werden jetzt ein Lied singen, aber eigentlich brauchen wir dazu noch einen Jung. Wer ist das? Oh, hallo. Hast du Lust, mit uns zusammen ein Lied zu singen? Manamana. Weißt du, was das heißen soll? Ist das ein Lied? Manamana. Manamana? Manamana. 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 Musik Das sieht ja schlimm aus, was ist denn hier geschehen? Ich hab's, denn ich bin Sherlock Hobenburg, der größte Detektiv der Welt. Nichts kann den messerscharfen Augen des größten Detektivs der Welt entgehen, denn meine Detektivaugen sehen alle. Vielleicht war hier ein Kindergeburtstag. Nein, ich hab's. Die Mütter Mühle waren hier und haben ihren berühmten Rübenwalder-Tanz getanzt. Was? Ja, alle sieben Jahre kommen die Mütter Mühle und tanzen ihren berühmten Rübenwalder-Tanz. Dann blasen sie auf ihren Tuten und hoffen, dass es anfängt, T-Wat zu regnen. Ach, wirklich? Sie haben hier getanzt und in ihre Tuten getutet. Er kommt! Rübenwalder, grob oder fein, die mit der Mühle muss es sein. Oh, tja, das ist nur eine Hälfte von meinem... Hey, was? Herzenbrot. Hey, wo ist denn die andere Hälfte? Die ist ja weg. Oh, tschüss. Hälfte von der Mühle